Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastel-Ecke. Ich habe eine kleine, kurze Videoserie, die eine Woche dauern wird. Das ist das erste Video heute und dann folgen noch sechs weitere, und zwar zum Thema Einhorn-Party. Dieses Stempelset hier und auch alles, was da dazu gehört, wie das Papier und die Stanzform und Klebeband und dergleichen, läuft jetzt aus. Das gibt es also nur noch so lange, wie es den aktuellen Jahreskatalog 2017-18 von Stampin' Up gibt. Nein, plötzlich den Frühlings, das ist ja im Frühjahr-Sommer-Katalog mit drin. Aber auch der läuft aus bis zum 31. Mai. Und es gibt dieses Set hier noch und ich meine auch alles andere, soweit ich das nachvollziehen konnte, noch zu kaufen. Aber eben nur noch so lange, wie der Vorrat reicht, beziehungsweise bis zum 31. Mai. Dann gilt der neue Jahreskatalog, da wird das nicht mehr mit drin sein. Und ich bin in den letzten Monaten ganz oft auf Einhörner gestoßen, auf irgendwelchen Verpackungen oder irgendwelche Gummibärchen, die wie Einhörner aussehen und ähnliches. Und dann habe ich mir gedacht, wieso nicht gleich eine ganze Einhorn-Party draus machen und euch ein paar Ideen liefern, wie was ihr zu einer Themenparty machen könnt. Also in dem Falle Thema Einhorn, aber man könnte natürlich auch irgendein anderes Thema nehmen. Kommt halt nur darauf an, was man dann für Sachen dafür findet. Im Moment gibt es zum Beispiel ganz viel Flamingo, da werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwas zu machen. Man könnte zum Beispiel auch aus diesem Stempelset hier Ritter, Zauberer, Drachen, Meerjungfrauen eine Themenparty zu machen, ganz egal. Die Ideen, die ich euch zeige, reichen vom Anfang der Party oder beziehungsweise vor der Party bis über die Party bis zum Schluss danach, wenn sie rum ist quasi. Und wie gesagt, jeden Tag kommt ein kurzes Video. Die sind auch wirklich nur kurz mit einer Idee drin oder vielleicht auch mal zwei, drei Ideen drin. Und dann hoffe, das gefällt euch. Zumindest kommt jetzt mal wieder ein bisschen kreativer Content auf meinem Kanal. Und wenn ihr keins dieser Videos verpassen wollt, die jetzt folgen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal auf YouTube. Denn dann werdet ihr immer erinnert oder benachrichtigt, wenn ich ein Video veröffentliche. Auch meinem Blog könnt ihr folgen per E-Mail. Okay, auch da wird es jeden Tag einen Blogpost dazu geben zu den einzelnen Projekten. Und auch da würdet ihr dann per E-Mail benachrichtigt werden, wenn ein neuer Blogpost kommt, dass ihr die eben nicht verpasst. Dann würde ich mal sagen, war es das für mein Einleitungsvideo. Und ab morgen kommt dann eine Idee nach der anderen. Viel Spaß beim Zugucken. Und gerne freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch und vielleicht den einen oder anderen Kommentar, ob ihr so eine Videoserie gut findet und vielleicht öfter sowas sehen wollt. Dann kann ich mal gucken, ob da nicht noch andere Produkte sind, die sich für sowas eignen. Dann viel Spaß beim Gucken in dieser Woche. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!